Ja, das heißt, liebe Geschwister, das ist wirklich, man macht hier Business mit demjenigen, mit dem man nur noch, nur gewinnen kann. Nur reich und den ewigen Frieden bekommen kann. Und deswegen sollten wir, liebe Geschwister, das nicht aus den Augen lassen und das nicht vergessen. Und deswegen sollten wir versuchen, alle da inshallah, uns daran zu erinnern, sodass wir inshallah motiviert sind. Und wir kommen jetzt gerade erst zu der, sozusagen zu der Auslese von Ramadan. Dieser Ramadan hat ja nochmal eine Auslese, nochmal die richtige Champions League, das Finale. Das kommt ja gerade erst in den nächsten Tagen, fängt das an. Und zwar die Nacht der Bestimmung, in der man eine, in der die Taten zählen wie mehr als 83 Jahre. Ja, in weniger als diesen, was haben wir jetzt momentan, vielleicht 8 Stunden, ist die Nacht lang. Ja, in diesen 8 Stunden, subhanallah. Und wir werden inshallah darüber nochmal extra einen Vortrag machen. Geschwister, sollten wir uns das zu Herzen nehmen und uns wieder motivieren. Ja, dass wir wirklich, dass wir mit Herz und Seele dabei sind. Fasten, Koran lesen, spenden, ja. Und dass wir jetzt, ja, in den kommenden Tagen einen Gang, ja, oder den höchsten Gang einschalten müssen, ja. Und um nochmal in den letzten 10 Tagen richtig Gas zu geben, ja. Was das Fasten angeht tagsüber und was die Nachtgebete und die Bittgebete nachts angeht. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, drei Arten von Menschen, drei Arten von Bittgebeten werden niemals abgelehnt. Oder, ja, nicht abgelehnt. Zwei Arten, drei Arten von Dua, Bittgebete. Eine davon, der Fastende, wenn er sein Fasten bricht. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir unser Fasten brechen, entweder bevor wir Fasten brechen, diese letzten 2, 3, 5 Minuten, da Dua zu machen, Bittgebete zu machen. Jeder von uns hat Sorgen, jeder von uns hat Wünsche, jeder von uns hat Sünden, jeder von uns hat, ja, Subhanallah, es ist die Zeit, wo deine Wünsche erfüllt werden, wo deine Bittgebete erhört werden. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Bittgebete von einem Fastenden, wenn er sein Fasten bricht, werden nicht abgelehnt. Ja, die werden angenommen, inshallah. Und deswegen sollten wir das auch, inshallah, in Angriff nehmen, dass wir immer, auch wenn es kurz ist, auch wenn es eine Minute ist, ja, aber dass wir in dieser Zeit Bittgebete machen, entweder bevor wir Fasten brechen oder während, nach dem Fasten brechen, direkt, ja. In dieser Zeit, in der Zeit, wo man das Fasten bricht, werden die Bittgebete angenommen. Deswegen Bittgebete machen, Dua machen, von Herzen auch.